Oh mein Gott, jetzt habe ich alles gesehen, schon wieder, Alter. Nein. Sechs Klicks werden schon mal sehr... Kann da mal einer bitte einen Clip von machen? Einmal einen Clip davon bitte. 191er Draft, ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, es ist machbar durch die neuen Prime-Icons. Fünf Stunden später. Guter Versuch. Brautor! Aua, was soll das denn? Rot! Junge, 23 Sekunden. Das war die schnellste rotte Karte, die ich je gesehen habe. Das ist Weltrekord. Das wäre auch verrückt. Habt ihr City heute gesehen? Ach du Scheiße. E-Mot only. Bro, was war das für ein Tor? Thomas Müller. Thomas Müller. Hallo? Ich habe gerade von Thomas Müller... Ich habe keinen Kieger. Ich habe keinen von Thomas Müller hat es gekauft. Gegen Thomas Müller. Da ist er, der Kiezer! Also bei mir steht, dass wir... Nein! Nein, ich habe verlassen! Nein! Nein! Ist das Feuer? Was ist los mit denen? Geil. Oh nein, ist Elfer sogar schon. Nein, Mann, ich vergesse das die ganze Zeit mit dem Anlauf. Lewandowski, ey. Willkommen in London, willkommen im Tottenham Hotspur Stadium, wir begrüßen Sie zu diesem Spiel. Digga, was sind das für Bälle? Digga, kein Bock mehr. Überhaupt kein Bock mehr. Ich bin raus für den Kampf. Spiderman, dadada. Ja, ich fühle ich. Dank dich gibts ne Kopfnuss, alter. Boah, das tat so weh. Hilfe, warum mach ich sowas? Das ist so zum Kotzen, Alter. Big Bong! Äh, oh mein Gott, was war das für ne Geh? Ich wollte seinen Jubel nachmachen, Digga. Oh mein Gott. Hallo, Paul? Null. Wie ist denn Ori wieder aufgestanden? Ist das der Undertaker oder was? Ich könnte mir auf Ehrenloses vormitteln. Mach ne Flagge. Das ist jetzt, oder? Danku, sehr gut. Das ist meine Siss. Das ist meine Siss. Das war meine Siss. Das kommt auf FIFA Deutschland. Och ne, was ist das denn? Das ist nicht dein Scheißernst, ne? Das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir hier noch ein Auto... Nein! Reif ab! Werner, sieht gut aus! Gehalten! Der Ball geht ins Tor, aber es gibt Eickball. Mann! Digga, ich schwör's dir. Ne, Mann. Ne, Mann. Das glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Glaub ich einfach nicht, Mann. Du dummer Hund. Du Hund. Du elendiger Hund, Alter. Mann! Wundern! Oh mein Gott! So ein Huren-冷 Huren so ein gewinnt Digga. Ich könnte schon wieder austasten, Mann. Ich könnte schon wieder austasten! Oh mein Gott, das Spiel war so verkauft! Bruder liebes mir nicht übel, du hast so scheiße gespielt! Du hast so scheiße gespielt, du hast so scheiße gespielt, oh mein Gott, deine Ansicht, deine Ansicht, deine Ansicht. Puskas, es ist so schlecht, so schwer. Was? Was? Der Ball geht ins Tor, aber es zählt nicht. Was war das denn? Ronaldo hat Angst vorm Ball. Nein, nein, es ist gerade nicht passiert, es ist gerade nicht passiert Die ganze Zeit, man kommt nicht durch, 16, da sind 80 Spiele Ja, jetzt flankt der alles Jetzt habe ich alles gesehen, wirklich Jetzt habe ich original alles gesehen, oh man ey Dankeschön, super Innenverteidigung Kopf, Alter, Opa, let's go Ja, oh Nein, was Grün ist da, find ich da auch nicht rein Hä, der ist ins Tor gefallen Der ist ins Tor gefallen und das hat nicht als Eigentor gezählt Das war nicht vernünftig von mir Was war das denn für ein Turbo Boost? Sag mal, are you sure sing with me? Ball draußen gibt Ecke Überragendes Tor Guck mal, 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 was ist das denn? Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Jetzt die R9 kommen, zieh mal den rauf da und fettig drin Mein Gott, Digga, Hals, Maul Oh mein Gott, knipp Seht ihr den Ping? Seht ihr den Ping? Was zur Hölle ist das? Komm Robi, Junge, sehr gut Und jetzt schalt dich ein, schalt dich ein Geh die Linie, geh die Linie Oha, oha, was war das denn? Habt ihr es gesehen? Hä? Gut, dass er dazwischen geht, das wäre gefährlich geworden Cristiano Ronaldo, er geht dazwischen Wie bitter, der Ball geht ins eigene Tor Der zweite Messi, du hast vorhin gesagt, den zieh den und dann musst du ihn abstoßen Wir geben ihn ab, das tut so weh Alter Er ist weg Was? Er ist einfach weg Das kommt ja alles trotzdem, denk ich, ne? Ja, das ist verrückt, guck, die Party hat schon begonnen, Digga Die Party hat begonnen, ich hab wieder irgendeinen Bug Ich hab irgendeinen Bug, Digga Ich hab keine Ahnung, wo der Ball ist Wo ist denn der Ball? Seht ihr das Radar? Hä? Digga Was ist denn der? Äh, moin Wir sind wieder weg Kleider schon Guter Pass Das tut mir so weh im Herzen rauszugehen, Freunde Ich geh nicht raus, also da, wenn ich rausgehe, ich wär ja dumm, wenn ich rausgehen würde Ich wär ja dumm Schnell ich dir mal was erzählen, es macht keinen Sinn sich über etwas aufzureden Es macht keinen Sinn, weil Patrick wäre eigentlich ein 40cm Der soll den da einfach runterhängen lassen, das geht gar nicht Der hätt den eigentlich blocken müssen, rein theoretisch, das ist jetzt der offizielle Beweis Das ist der offizielle Beweis, dass dieses Spiel verkauft ist Das ist, weil das ist nicht möglich Wieso nicht? Weil es, ich würd's dir zeigen, es geht eigentlich bis hier hin, er hat drei Beine Das geht gar nicht, das ist, das ist der offizielle Beweis dafür Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Tim Latka macht Vergleich zu anderen Streamern, die Geld ins Spiel stecken Und jetzt kommt mir nicht mit, ja aber die verdienen ja, äh, das Geld damit Ja natürlich verdienen die das Geld damit Aber irgendwelche Pizzerien, äh, müssen, müssen, äh, ihre Pizza auch nicht mit einem Lamborghini aus, äh, ausliefern Sondern holen sich halt ein normales Auto Man kann doch nur 1000 Euro ausgeben Oder 500 Euro Und das UND der Lamborghini ist nicht im September nichts mehr wert Ja Kommt her mit den Gegenargumenten Gibt's einfach nicht, ist einfach Schwachsinn Oh, wieder der Dicke Abfahrt Oh, Garincha Und jetzt noch Dinio Call Meister Soviel zum Thema feinstofflich und grobstofflich Hier, boah, hat der Arsch Immerhin ein Tor gemacht Soviel zum Thema Soviel zum Thema Und dann geht's auch weiter Soviel zum Thema Und dann geht's mich wieder mal Und dann geht's nochmal found Fynn Abfahrt Und dann geht's nochmal Egal